ein aber auch für den U-Ton-Bow-Frunden kurz infolation und ich hier wahrscheinlich die Welt von einer anderen um wieso ist um ja gerade aussetzen für alles aufgestanden alcatraz neue hochgeladen zudem zur folge da ich am anfang glaube ich ein bisschen zu schnell war und das ein oder anderen hinweis so flüchtig durch gelegen dass wir das für den rest des spiels dass ich an der stelle nicht weiterkamen nicht weitergeholfen ja ich dachte da gibt es einen back im spiel oder sowas dem war wohl nicht so und deswegen habe ich mir gesagt fangst du noch mal von vorne bevor das runter schmeißt und erst mal pausierst nach dem spielersteller nichts reaktion kam ich habe angeschrieben ab anfang um habe ich dann feststellen müssen verheiratet letzte mal habe ich aber nicht sowie komplett neu aufgenommen deswegen ist das gestern nach dem aufnehmen knapp sechs stunden sechseinhalb stunden ungefähr der an einem durchgezogen das spiel und gestern sieben folgen erinnert damit ihr die neue folge heute auch noch gucken könnt und somit 1 bis 7 wird heute hochladen werde ob wir euch die andere jetzt anguckt oder nicht hängt davon ab so die verloben wollen ich habe es natürlich auf 1954 gespielt also auf grau außer jetzt in der webcam das habe ich jetzt so gelassen ja untertitel habe ich auch ausgemacht dafür weil das brauchen wir da nicht unbedingt und ja deswegen kommt das noch mal 1 bis 7 jetzt an sich so nach dem video raus da ich hoffe ihr seid mir nicht böse ich fahre ein bisschen zu schnell deswegen glaube ich das noch einmal komplett neu raus aber diesmal bis zum ende ich bin auch weiter gekommen aber ihr müsst euch die folgen schon mal angeben weil da will ich noch mal was zu sagen was das betrifft und spiele vom ersten mal her deswegen nicht ganz sonst fühlt euch gut unterhalten habt noch weiter viel spaß auf meinem kanal wenn es euch gefällt was so man da abonniert mich ja über feedback freue ich mich natürlich immer wieder wenn ich privat anschreiben möchte die e mail adresse ist hinterlassen unter kanal info naja check it out hallo freunde des geilen youtube sport grüß euch euer virus falls euch dieses video gefallen hat dann lasst doch einfach mal ein schönes kommentar da für andere sachen gibt es dann einen daumen da oben und falls für mehr dann einfach unten mal den roten backen klicken wird sagen danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal eurer bald wünschen ciao becar r ciao ab Bis zum nächsten Mal.